Musik Ich bin bereit. Jetzt arbeiten. Klappkeiner, bereit. Klappkeiner, bereit. Klappkeiner, bereit. Jetzt setzt's was. Auf geht's, Wildsau. Klappkeiner, bereit. Klappkeiner, bereit. Klappkeiner, bereit. Klappkeiner, bereit. Wird auch Zeit. Na los! Mitten ins Gefecht! Mitten ins Gefecht! Ja, schon unterwegs, ja? Kampfeiler zur Stelle! Keilerei! Kampfeiler zur Stelle! Bewegt dich! Mitten ins Gefecht! Kampfeiler zur Stelle! Kr 떨려! Kampfeiler zur Stelle! Wir haben einen Angriff! Was denn? Was denn? Was denn? Wie säs! Aus geht's! Vorwärts, ihre Muttersrede! Zum Angriff! Wenn wir erstmal wissen, wo auf der Erde wir sind... Wir befinden uns überhaupt nicht auf der Erde. Also, zumindest nicht auf unserer. Bist du da sicher? Ich habe mein ganzes Leben in den Himmel geblickt. Aber diesen kenne ich erst seit kurzem. Also schön, Freunde. Was wissen wir über diese Welt? Du meinst, außer dass prähistorische Tiere hier nie ausgestorben sind? Ich würde vielleicht nicht von prähistorisch sprechen. Was soll denn das jetzt heißen? Vielleicht haben die Saurier nicht früher gelebt? Vielleicht leben sie einfach hier. Und all die Skelette? Die Stamm von Tieren, die irgendwie in unsere Welt gelangt sind. Und wie soll das bitte schön passiert sein? Genauso wie wir hergekommen sind. Also, ich finde das ausgesprochen schräg. Weißt du, Cole, in letzter Zeit habe ich gelernt, viele merkwürdige Dinge zu akzeptieren. Zum Beispiel, habt ihr bei dem Unwetter auch nur einen Blitz gesehen? Ich habe heute die Nordmänner gefragt. Die kennen so etwas gar nicht. Bleibt die Frage, wie wir hergekommen sind. Wie kommen wir wieder nach Hause, mein Freund? Nicht weit von hier auf einer Insel lebt der Erztruide. Er ist der Hüter unserer Legenden. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Ihr solltet ihn aufsuchen. Ihr solltet ihn aufsuchen. Nein, danke schön. Vielen Dank.